Ja, ich weiß, dass hier jemand gestorben ist. Danke, dass ihr mich noch dran erinnert. Und warum sind hier? Alter. Ach, hier ist noch ein Barbarenlager. Und hier. Was ist denn hier? Irgendwo muss auch noch was sein. Hab ich's gesagt? Hab ich's gesagt? Hab ich gesagt? Es ist ein Abfallraum. So, nächste Runde. Und ich hab einen neuen... Einer. Einheit befördern. Ich hab einen neuen Burger. Ja, ich hab einen neuen Burger bekommen. Und noch zwei Runden und dann hab ich Bronzeverarbeitung fertig und dann kann ich mir Sperr-Trupp machen, wenn er nicht zu viel kostet. Was sagst du? Oh, was sagst du? Ah, mein Stuhl ist runtergegangen. Noch eine Runde. Ach, du Scheibenkleister. Oh, das wollte ich nicht. Ich bin nicht böse gegen euch. Ich hab euch noch gar nichts getan. Also, die richten sich ja immer neu. Ich hab euch gar nichts getan. Die Verbaren. Ja, ich weiß. Bei mir sind gerade zwei Fernkämpfer-Trupps. Einfach so. Und ich mache mit denen immer nur einen Schaden. Einfach so, Mama. Ich mache denen immer nur einen Schaden. Das ist denen egal. Und die kommt gleich hier hin. Und dann hab ich in einem Dach gleich... ...hab ich dann wieder... ...einen Bautrupp. Und dann ist er wieder... ...mama, warum ist... ...ohm... ...so... Cottonfield, Cottonfield... ...oh man, ey... Haha. Das Spiel mobbt mich, Maxi. Oh Gott. Also, nächste Runde. Und was passiert jetzt? Wahrscheinlich werde ich angegriffen. Nee, die laufen einfach weiter. Okay, cool. Ich mache sie fertig. So, was Neues wählen. Ich brauche irgend... Was bringt mir das denn? Äh, Weidenschafe brauche ich nicht. Bibliothek überhaupt vielleicht. Ähm, mhm, mhm. Sägeberg-Kolosseum. Schwertkämpfer. Hehehe. Stärke 11. Erforderlich. Eisen. Mist. Dann, wo kriege ich irgendwo Eisen her? Ich glaube, ich gehe mal auf Bauwesen. Gut. Äh, nächste runter. Maxi, mach mal hin. Ich muss hier diese... Ja, mhm. Ja, ich muss warten, weil jetzt komme, kriege ich einen Bautrupp. Endlich mal. Und mit dem muss ich erstmal abhauen, damit ich nicht... Ach, du Scheibenkleister. Bitte nicht. Bitte nicht. Äh... Krieger dauert vier Runden. Einen Speer... Einen Speer... Einen Speer... Neun. Hm. Eine Kaserne. Was bringt mir das denn? Unterhalt. Hui. Und 15 EP für alle Einheiten. Ja, die ich habe. Das ist bestimmt. Das ist toll. Ähm, ich glaube, ich mache mehr Speerkämpfer. Die sind stark. Nächste Runde. Boah, wenn die jetzt hier... Die hier einnehmen... Dann werde ich aber... Grantig. Das könnt ihr mir glauben. So. Minus zwei sogar. Bam. So. Noch zwölf Runden, dann kriege ich ein Kolosseum und... Äh... Zugus Maximus und große Mauern. Und dann könnte ich auch noch ein Sägewerk errichten. Und ich muss erstmal... Wie machst du das denn? Ja, ich bin halt ein Magier. Ne. Du gehst einfach auf... Forschung wähl. Ja. Und dann kannst du da auswählen. Was hast du denn? Ich habe jetzt, äh... Bauwesen genommen. Okay. Ey, du musst ja auch irgendwie Soldaten bessere gekriegt haben. Hier, wie... Wen hast du gekriegt? Den Streitwagensperrwerfer. Ne, warte. Wie heißen sie? Streitwagen Bogenschützen. Genau. Ja, weil ich Pferd genommen habe. Und Draht. Okay, danke. Das muss ich machen. Also du meinst Tierzucht. Ja, ist gut. Okay, merken. Mama Hände jetzt. Ich muss noch angreifen, kurz. Ne, oder auch nicht. Oh fuck, ich muss heute noch Latein machen. Oder nicht. Mach's einfach mal unten. Ja. Was? Hilfe! Stopp! Halt, stopp! Halt, stopp! Das geht mir zu weit. Das geht mir gegen den Strich. Ihr haut mal schnell ab hier. Das rickelt Papa. Rickelt Papa? Ich bin ein, der sowas sagt. Alter, hier sind jetzt zwei Barbarentrupps auf meine Stadt zu, die dich gesichert ist. Und hier habe ich noch Bautrupp und der muss erstmal abhauen. Ah, großer Leuchtturm. Ah, der ist gut, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Mach mal hin, Max. Ich muss mich beeilen. Noch sieben. Und dann werden meine Sperrkämpfer eigentlich mal da sein. Okay, okay. Wart, ich habe keine Pferde mehr. Willst du mich verarschen? Ich muss neue Pferde errichten. Aber ich will nur noch kurz Krieger, Sperr, Krieger. Tja, jetzt mach Krieger. Nee, mach Sperr. Nein. Spät, aber Forschung muss ich auch noch. Äh, 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 was? Fangstätten. Nee, Steinmetzkunst, okay. Ach, warte mal. Ach, ihr na jetzt. Nächste Runde bitte klicken. So, jetzt. Jetzt. Oh Mann. Ich möchte nicht wissen, was passiert. Ach, die gehen einfach mal durch. Ach gut, die verpissen sich mal, weil ich die fertig mache. Nee, die greife ich an. Und ihr geht einfach mal hier schön zurück. Geht einfach hier hin, weil ich Angst habe, dass ihr gleich irgendwer ankommt. So. Wahrscheinlich reagieren jetzt wieder aggressiv und gehen hier wieder hin und dann sehen die die und dann wollen die die wieder nehmen. LOL. Was? Wo ist es gerade einfach aufwechig gemacht? Nein. Schach. Mist. Hallo? Ich, was? Wie? Ich habe gar nichts gesagt. Dann, Freude, oder wie? Nein. Genauso wenig wie beim Wasserski. Okay, mach mal weiter. Mach mal weiter. Mach mal flott hier jetzt. Und wie reagieren die? Und wie reagieren die? Ja, habe ich es gesagt. Sie kommt zurück. Und ihr geht einfach mal. Ich lasse die einfach mal hier ein bisschen laufen. Hier, kann ich eine Plantage errichten. Was bringt mir denn eine Plantage denn? Ach, okay. Mach ich erst die nächste Runde. Komm schon. Ja, ich habe sie fertig gemacht. Und ihr, was bringt mir die Plantage? Gold nur. Wegen Baumwolle. Brauche ich erst mal nicht. Ich brauche hier erst mal... Wie, wer lebt noch? Hör, was ist da denn los? Das geht ja gar nicht klar. Große Mauern muss ich mal errichten. Feindliche Landeinheiten müssen in eurem Territorium. Einzug extra. Ja, das geht. Äh, Kosten. 155 Zufriedenheit plus 5 Kultur. Plus 1. Unterhalt. 1. Ach, das haben zwei Leute empfohlen. Alles klar. Mache ich ja gerade. Danach muss ich... Ach, Maxi, mach gleich weiter. Bitte. So. Der hier wird jetzt eigentlich mal vernichtet. Und ich kann eine Politik anführen. Und ich mache... Versteigert sich die Kultur. Post 100 Position bei der Ausbildung von Nahkampfeinheiten. Außerhalb der Stadt erscheint ein großer General. Oha, den kenne ich. Der ist cool. Ja. Schließen. Wo ist der General? Wie stark ist der? Plus 100 Verteidigung. Äh, wird der Daddy fertig machen? Warum steht das da nicht? Ich habe Angst. Maxi, soll ich das tun? Was? Einfach mal meinen neuen gekriegten großen General auf so einen Trupp schicken. Von Soldaten. Der General? Bringt der überhaupt etwas? Warte. Der bringt... Ich kann mal so eine Aktion machen. Bauaktion heißt die. Äh, eine Zitadelle bauen kann ich mit dem nur. Ich glaube, ich baue hier einfach mal eine Zitadelle. Ja, die sind... Boah, sieht die nice aus. Cool. Okay, und die hier lasse ich mal... Produktion plus 1 dauert 7 Runden. Ne, die lasse ich hier hinlaufen. Ja, Truppen, die ich jetzt schon habe. Nächste Runde. Unverschwammend. Wenn die da jetzt hingehen, ne? Wenn die da... Ah, geht doch. Wie viel mache ich denen? Damage? Gut. Und der hier kriegt... Bauernhof. Wenn ich Nahrung mal hochkriege... Warte, wie viel Nahrung habe ich im Moment? Ähm... Plus 3 Produktion plus 7,5... Äh, 5,7... Lol. Was ist das denn? Bullshit. Muss ich meine Produktion mal höher bauen? Über Baren können ja auch Schiffe bauen. Echt? Ah ja, stimmt, ja. Ja, können sie. Gar nicht klar. Ich habe in der coole Zitadelle stehen. Ach, meine Finger. So, hier wird der Bauernhof endlich mal fertig gebaut. Und wieher, das dauert jetzt wieder länger. Als lang. Wie ich gedacht habe. Denktum. Nein. Ah. Okay. Hast du das getan? Ach, das... Verstehe jetzt, woher die ganzen Leute da kommen. Die kommen von den Barbaren. Die bekommst du dann, glaube ich. Ja, Maxi. Richtig. Das hast du jetzt erfasst. Ja, habe ich. Warum wohl? Weil die Leute von euch gemeinten klauen. Bei mir war das zumindest... Das halte ich für ein Gerücht. Warum ist bei mir gerade... Boah, ich wollte kurz sagen, warum ist bei mir gerade alles stehen geblieben. Äh, mach mal hinne. Mach mal hinne. Weil ich muss jetzt hier weitermachen. Ja. Apfelmus. Okay. Ah, fertig gebaut. Und der Trupp geht einfach mal hier hin, weil der kann da was Schönes bauen. Und nächste Runde. Stonehenge. Stonehenge ist gut. Das ist wirklich gut. Das bringt dir Dinge ins Hof. Wie heißt das? Kultur. Ich möchte aber nicht so lange warten. Wie lange dauert das eigentlich noch bei mir? Elf Runden bis zur Ausdehnung. Und hier habe ich noch... Ne, vier Bogenschütze noch von denen. Aber jetzt kriege ich... Oh, nächste Runde kriege ich den coolen Schwer... Gesperrkämpfer-Trupp. Und der wird einfach mal kämpfen gegen diese Penada. Und die einfach mal wegbatteln. Hoffe ich mal. Penada. Ich hoffe, die werden den wegbatteln. Mach's mal hinne, weil ich muss jetzt... Ich muss jetzt mal die Schwerrkämpfer demonstrieren. Penada wird nötig. Können die Schwerrkämpfer dir noch angreifen? Oh, wie süß. Die machen ja voll Fettschaden. Ach. So, Produktion wählen. Jetzt mache ich mal was Tolles. Und zwar... Ein Siedler. Ein Siedler, wirklich? Nee. Siedler habe ich keine Lust zu. Ähm. Krieger, Stärke 6. Äh. Kaserne könnte ich bauen. Plus 15 EP für alle Einheiten. LOL. Stadtmauern. Korn speichern. Monument. Kultur plus 2. Oder Stonehenge plus 6. Baue ich mal Stonehenge. Das dauert ein bisschen länger, aber... So, und ihr baut hier einen Steinbruch. Maxi? Äh, okay. Bist du fertig? Nein. So, jetzt habe ich erstmal hier einen coolen Speertrupp, der gleich einfach diese eine Person da niedermützeln wird. Marsha? Die noch. So. Wir müssen gleich Aufnahmeschluss machen, Maxi. Okay. Warte, wie viel los ist das überhaupt? 5 nach... 8. 8. Ähm. Politik einführen. Der macht gar nichts da hinten. Der truppt jetzt aber jetzt nur weg. Alles klar. Äh, die lasse ich mal... Nein, ich wollte was anderes mit denen machen. Ach, komm. Nächste Runde. Okay, wie lange... Soll ich das noch machen? Wie lange dauert das noch? Sagen wir noch 5 Runden. Wohl mit Maxi... Ja, okay, mit Maxi noch 5 Runden. Das dauert bei Maxi zu haben. Ist länger, aber... Was ist das denn hier? Hä, was ist das hier gebaut? Oh, cool. Ähm... Ah, nächste... Ah. Ah, noch 3 Runden. Dann kann ich ein Kolosseum, ein Zuges Maximus und eine große Mauer bauen und ein Sägewerk errichten. Was? Was ist das denn hier? Hat ja gerade irgendwas quietscht hier. Alter, Maxi. Ja, ist okay, Mensch. Überlegst du zu lange. Äh, nee. Ich hab einfach zu viele Einheiten und alles. So, jetzt. Ja, ich hab alle verloren. So, was war ihr? Wow. Wow. Gegner. Alter, die mach ich hier fertig. Wie nice. Boah. Okay. Das...